Und wir sagen Hallo aus Sandsworth hier mit mir dabei ist der... Wow, wow, wow! Wow, der fliege hier klein. Alter, ist mein Motorrad kaputt. Mit meinem Fluggerät rum, ich hab mir das eben noch geklaut und wir sind immer noch schön verfolgt. Wir kriegen das Wanted nicht weg, aber egal. Wir folgten jetzt unsere Autos, und ich glaube, das ist dieser schöne, fette Stern, der angezeigt ist. Also ich hoffe es. Ach komm, ich zeig mal, wie das Ding... In den Kampfmodus wechselt. komm her wo bist du bist du bist du bist du da bist du guck mal wie ich über die fliege eine sportkarte die tue nicht jetzt auf ich mach dich fertig alter keine sorge ich bin doch nicht mehr so ganz davon überzeugt dass ich die fertig mache oder rein zum fahrzeugtion ist sie denn ich habe mir eine falsche stelle wo ich gerade hinfliegen kommen wir zu dir ich komme hallo hier muss man rein ach so oder wie reingehen reingehen auto kaufen und ich habe hier gerade noch ein bisschen ein paar leute an der backe ich habe meine alter die trug wie viel kostet und das hey nitro und so kostenfrei voll wenig guck mal ich habe mein motorrad rausgeholt das ist voll schnell steig auf steig auf robert steig auf würde gerne runter gehen die roter die untersteiger auf guck mal wie cool ich aussehe der kauf jetzt du bist 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 wenn du es machen ist das schnellste also ja ja klar ja ich guck die fliege die tatsache hat du hast keine chance ja aber guck mal wie schnell die sind und dass das mit kommt also er schießt vielleicht bisschen nach hinten oder so ich habe eine Pistole ja sorry da ist der fahrer ja es bringt so mega wenig glaube ich wo wo sehr gut abgang sehr gut oh da hängt uns schon wieder einer am marsch da fliegt noch einer wie soll man die loswerden ich weiß es überhaupt nicht was ist denn die nächste mission ich weiß es nicht ich kann nicht nachgucken kannst du doch auf dem motorrad tap aufträge lernen die regeln wo oder nee deine anpassung koffer verbesserte ein auto wo alter soll man irgendein Fahrzeug also verbessern oder was bringen das Fahrzeug zu dem Job ist alles klar alter alter verweilte ich habe er ein paar probleme bist du tot nein 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 ich liege nur so umsonst oh cool ich gehe da jetzt runter ui überlöfst du das ja alter gerade noch was man fliegt schwebter so unterne gib Gas los fahr da einfach hin 1400 Meter ok das war ziemlich geil ich danke dir dafür los der Sprung war aber geil ich hätte schon eine Drehung gemacht können aber ja war wunderbar um umfassend vertreten aber warum sind die nur ob man sich die nur hinter uns ich verstehe das nicht ne ne also ich könnte doch wir hinter anderen Leuten her sein er hinter dir also sind sie ja nur weil wir da präsident sind der die präsidentin jo präsident es gibt zwei ich finde das auch ein bisschen blöd ne naja guck mal wie werden verfolgt wie cool der hinter uns her schwebt cool der nerv voll ja oh sehr gut alter geil abgehangen hm alter wir werden wieder ein bisschen los oh wir wurden schon wieder entdeckt ne wir werden doch los alles ja versteck dich versteck dich irgendwo lass dich irgendwo verstecken oder ich raus einfach durch soll ich schießen ok ne wir sind los wir sind los wir sind los wir sind los ich denke danke sehr ich wollte gar nicht da rein ich wollte nur nachladen ich weiß nicht ich weiß nicht ich weiß nicht ich weiß nicht schreibe schreibe die kommentare ob ihr das spiel gefallen hat oder euch das spiel nicht gefallen das ewige blablabla und mir gefällt es auf jeden fall wir werden es weiter spielen und bis dahin verabschiede ich mich und sage tschau tschau so so so